hallo zusammen und willkommen bei der neuen flashback hardware ausgabe ihr seht es schon ich gehe hier heute am atari 2600 bei ich möchte dem einen videoausgang verpassen mit dem ich an einen monitor oder fernseher reingehen kann je nachdem was man zur verfügung hat denn das gerät selber hat ja nun standard antennenausgang das haben die meisten neuen aktuellen geräte ja nicht mehr deswegen dachte ich mir ein kompost mod sollte eigentlich funktionieren und mir weiterhelfen hier liegen schon die passenden ausgänge dafür und ja ich habe diesen mod selber noch nie gemacht ich habe nur eine anleitung dazu gefunden und werde das jetzt zusammen mit euch quasi für mich zum ersten mal durchgehen ob es am ende funktioniert werden wir sehen lassen wir uns überraschen ich mache jetzt eben offscreen das gerät auf dass wir die platine vor der nase haben und dann geht es gleich hier auch direkt los so ich habe das atari 2600 zerlegt dass ich mein ganz kurz hier in die kamera da ist es zerpflückt aus dem gehäuse rausgenommen und da kümmern wir uns gleich darum jetzt erstmal machen noch weitere vorbereitung die grundlegenden sachen habe ich schon mal gemacht ich habe hier ein paar kabel mit widerständen schon zusammengetüttelt aber noch nicht verlötet das machen wir jetzt gleich zusammen wir brauchen insgesamt 1 3 k 3 widerstand 1 2 k 2 widerstand in 33 ohm widerstand und 2 1 k widerstände und ein 100p kondensator die sachen habe ich jetzt hier schon bereit gelegt und mit kävelchen verbunden die kävelchen löten wir dann gleich an den bordern jetzt sehen wir es mal zu dass die kabel und die widerstände eine einheit werden was ich hier gemacht habe das licht blendet heute sehr sieht man es nein weil er fokus hier unten liegt ich habe hier drei widerstände zusammengeschaltet weil ich kein 3 k 3 einzeln hatte deswegen habe ich hier in 2 k 2 1 1 k und ein 100 ohm widerstand genommen und die einfach in reihe geschaltet das geht es auch durchgemessen die werte und der wert stimmt das ist 3,3 k und ja jetzt eben schnell die kabel ja anlöten und dann geht es gleich auch an bord direkt weiter so nummer eins fertig nummer zwei mal gucken ob ich den fokus hier ein bisschen besser hinkriege dass wir dann auch sehen was ich hier mache mal gucken ich klicke mal ein bisschen zurecht fokus will nicht so haben wir zum bisschen fokus jetzt auf den widerstand hier ein bisschen mehr in der mitte das ist für mich geht es gerade blöd weil das ist tatsächlich sehr weit von mir entfernt eigentlich habe ich hier noch das mikrofon vor der nase seht ihr natürlich nicht soll ja nicht so sein ja das sollte jetzt nicht passieren hier jetzt hier mache sind ich habe von den käbelchen selber das ist ein bisschen länger gelassen und da schneide ich jetzt einfach die überstehenden sachen eben ab und so gehen wir jetzt die einzelne eben durch hier die werde ich dann gleich mit schrumpfschlauch auf versehen denn die werden ja rosa am bord rumliegen hier kommt ja keine platine zum einsatz auf der das ganze irgendwie drauf gebatscht wird und die man vielleicht gut im gehäuse unterbringen könnte und die we we Vielen Dank. Nicht so dickes Lötzchen nehmen sollen. Aber es funktioniert, ja. Ich habe mir natürlich schon notiert, welcher Widerstand ist, damit ich da jetzt gleich nicht mühsam wieder die Farben deuten und unterbläsen muss. Solltet ihr Zoom im Hintergrund hören, da sind Ventilatoren. Draußen sind es knapp 30 Grad. Was auch in etwa der Innentemperatur hier entspricht. Hier habe ich schon ein Kabel angelötet. Wir müssen jetzt nur eben schnell noch den Widerstand anlöten. Das ist der Kondensator. Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie ich mit dem Ganzen umgehen soll. Ich denke, ich mache es so und schaue dann später mal, wie ich das final brauche. Deswegen löte ich am anderen Ende auch noch kein Kabel an. Ihr seht es ja, es geht ja jetzt hier um die Kurve. Und ja, da muss ich mal gucken, wie ich das hinterher verwurschte. Wollen wir mal direkt mit dem Kabel dran. Und dann gucke ich später wie das mit dem Kabel zu orientieren ist. Ich glaube, ich mache einfach das Kabel dran. Und dann gucke ich später, wie es wirklich sinnvoller zu machen ist. Jetzt habe ich hier mein Oktopus. Und wenn ich die Kabel erst mal an Bord angelötet habe, dann wird es ein bisschen schwierig, mit dem Oktopus zu arbeiten, denke ich. Ich mache es mir jetzt. Schalt nicht. Ist ja jetzt auch nicht verkehrt. dann ist die Geschichte hier auf jeden Fall auch fertig. Ich werde dann jetzt gleich halt auch den Schrumpflauch dran machen. Und dann geht es auch direkt ans Bord. die Kabel sind vorbereitet. Ich werde jetzt eben den ganzen Kram hier mit Schrumpflauch versehen. Und dann geht es jetzt gleich weiter. Ich mache das mal eben kurz offscreen, denn wie man Schrumpflauch anwendet, ich denke, das muss ich euch nicht sagen. So, die Kabel sind vorbereitet. Ich habe, wie ich gesagt, schon mit Schrumpflauch versehen. Das dürfte jetzt so weiter alles gut sein. Und ja, jetzt wird es so langsam ernst. Wir löten die jetzt hier an dem Bord an. Nach welcher Anleitung ich gehe, das verlinke ich dann jetzt auch in der Beschreibung, damit ihr genau da nochmal nachvollziehen könnt, was ich gemacht habe. Wir fangen hier an. Hier habe ich was zum Zeigen. Hier kommt der 2K2 Widerstand dran. Gucken. So. Ja, man sieht es jetzt nicht so wurchtbar. Gut. Schwupp, ich gehe mal hier näher. Hier. An dem kommt der 2K2. Direkt daneben kommt der 330. Oben an dem Widerstand hier an dem oberen. Und an dem dritten hier kommt der 1K Widerstand und das werden wir jetzt machen. Ich werde das, wie ich gesagt habe, an der Unterseite festlöten. Hier drüber kommt sowieso hintermiedertes Abschirmblech. Und so kann ich die Kahl von unten dann noch dahin legen, wo ich es letztendlich haben möchte. Und da werden wir dann final sehen, wie das wirklich wirklich sein soll, kann, wird und muss. Lass mal die Kamera hier an. Schwupp. Wissen runter. So. Dann kann man da ein bisschen rosieren, was ich mache. Ja, also an dem hier kommt der 2K2. Das war das rote Kabel im äußeren oben. Da soll es hin. War ich natürlich wieder, weil ich vergessen habe. Bin sofort wieder da. So, da ist er wieder. Das macht natürlich Sinn, wenn ich das jetzt hier andöte, dass ich das Kabel auch ein bisschen fixieren kann. Deswegen habe ich mir mal eben schnell Tape angeholt. Denn so viele Hände habe ich ja nun mal nicht, dass ich da 3 Millionen Sachen gleichzeitig halten kann. Dann schauen wir mal, ob das jetzt klappt mit dem Anläden. das sieht gut aus. So, da steht natürlich wieder ein bisschen Draht von dem Kabel über. Das schneide ich ab. Dann passiert auch nichts. So, was hatte ich gesagt? Direkt daneben kommt jetzt mein gelbes Kabel. Das gelbe ist mit dem 330 Ohm Widerstand. Schickterweise hätte ich vielleicht von anderen Seite aus anfangen waren, aber ist ja egal. Ich kriege es auch so hin. Mach nicht so wirklich Sinn, die kleine Kamera da. Ich positioniere sie mal so. Ihr sollt ja sehen, was ich da mache. Gucken. Da parke. Nein, das klappt nicht. Machen wir mal so. Das müsste besser klappen. Okay. Okay. 个 320 1 2 1 2 2 ... 1 Jo, hat auch geklappt. Und dann kommt daneben mein grünes Kabel mit dem 1K Widerstand. Ich meine, für mich passen dazu echt. Auch geklappt. Und auch eben das überstehende Kabel abschneiden, damit auch nichts passieren kann. So, dann kommt an diesem hier der 3K3 Widerstand. Das ist jetzt nicht ganz so schwer zu erkennen. Ja, das ist Discovery. Mit dieser Seite ist es dran. Ich sehe das vertüggelt hier. Okay. Okay. Um wir den Fokus hier ein bisschen besser gesetzt kriegen. Okay. 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 What? Okay. Okay. Jetzt kommt das hier ein bisschen besser. Okay. 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 auch hier nicht vergessen entsprechend abzuschneiden, wir wollen ja keinen Kurzschluss in der guten alten Konsole machen ja sieht ein bisschen wild aus, aber das ist alles so gewollt kurz orientieren, das nächste Kabel muss hier dran ja, hier das ist mein Blowers und das ist das mit dem 1K Widerstand und dem 100er Kondensator so, und wiederholen wir schnell auf die Orientierung achten mit dem Kondensator und dann kommt der Widerstand erst also mit dem Kondensator löte ich das an, mit der Seite so, das ist oberhalb von meinem 3K3 schräg rechts, wenn ich das umdrehe, schräg links das ist dieser hier und dann kommt das mit dem Kondensator löte ich das umdrehe, schräg links Naja, ich glaubte mich noch einmal vergessen, das ist wirklich das Richtige, was ich hier mache. Und dann ist es. Da soll es hin. Da soll es hin. Und hat geklappt. So, ich trinke mal einen kurzen Schluck und dann geht es jetzt gleich hier weiter. So, da sind wir wieder. Ja, ich bin ein bisschen dran gekommen, das Ganze sieht ein bisschen optisch anders aus, aber ich habe nicht weiter gemacht. Ja, so, als nächstes wird das ein Blau-Kabel, ja das kommt an Masse. Ich hätte mir diese Aktion hier sparen können, aber also die Aktion mit diesem Bogen hier. Man ist hinterher immer schlauer. Jetzt hätte ich anders lösen können, aber gut, so ist das jetzt und so. Ja, muss ich jetzt mal mitleben, ne? Mach mal hier. Natürlich jetzt das Blaue. Mit einem grauen Kabel. Das wird nämlich dann die Masse für den Videoausgang. Besser hier vertüddeln. Ich schaue nur mal ganz kurz, wie viel richtiger im Sinne muss dieser Melodpunkt hier sein. Masse, perfekt. Den nehmen wir. Mal gucken. Der, ja. Ja. Das entspricht dann auch dem Lötpunkt von der Anleitung. Ich schaue dir. Ich schaue dir. Mal schauen, ob das hier auch so problemlos geht. Mal schauen, ob das hier auch so. Nicht vergessen, die überstehenden Kabel abzuschneiden, das habe ich nämlich hier gerade auch vergessen. Das holen wir ruhig und schnell nach. Mal schauen, ob das hier auch geklappt hat. Jo, die Verbindung ist da. Gut. Also nochmal schauen, ob das auch richtig war. Und das blaue hier das. Dann kommt der Kondensator. Jupp. Nach dem Kondensator kommt der Widerstand. Das geht auf Masse und von Masse geht eins weg. Das kommt dann hinterher an den Videoausgang dran. Genau so soll es sein. Gut. Was jetzt noch passiert, ist, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und zwar werden die Kabel hier alle vor dem Kondensator zusammengeführt. Das ist jetzt dumm. Das heißt, alle kommen zusammen. Na ja. Gut. Man hätte sich das vorher alles mal genau angucken sollen. Und werden dann zusammengeführt hier. Ja, dann muss ich jetzt mal ein bisschen was zaubern. Das war jetzt natürlich in der Form nicht geplant. Ich hätte vorher genauer gucken sollen, wie man das hier macht. Da ist mir diese Kleinigkeit tatsächlich entgangen. Und dann. Und dann. Nichts, was man nicht lösen kann. Und dann bringen wir die zu einer Einheit. Ja. Da ist ja schon zusammengeläutet hier oben ein bisschen. Ja. Da ist ja schon zusammengeläutet hier oben ein bisschen. Und das ist ein bisschen knapp, um da die Hülle drüber hinwegzuziehen. Aber wo ein Wille ist, da ist doch ein Weg. Hier hat es besser geklappt. Hier hat es besser geklappt. Gut. So. Die hier werden auf jeden Fall zusammengeführt. Die. 1, 2, 3, 4 werden zusammengeführt. Das ist falsch hier. Und zwar werden die zusammengeführt. Und dann kommt hier der Kondensator dran. Und von dem Kondensator geht es dann darüber. Das heißt, ich muss jetzt hier wirklich ein bisschen flicken. Ich verlöte jetzt erstmal die hier untereinander. Die hier. Und dann muss ich das hier neu gestalten. Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Aber das kriegen wir hin. Ich werde das einfach hier ablösen. Und das hier lösen. Und einfach nochmal neu machen. Ja. So kann es passieren, wenn man nicht aufpasst. Verdrille die hier mal ein bisschen. Arrangiere mal kurz hier meinen Arbeitsplatz neu. Und dann sind wir jetzt gleich sofort wieder da. Und so. Ich habe meinen Oktopus hier wieder vorgeholt. Hier sind die Kabel, die alle zusammengehören. Die werde ich jetzt mal ein bisschen verzinnen. Und dann schauen wir mal. Ob wir hier wirklich so weiterkommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist jetzt auch ein bisschen fites Kabel. Da habe ich jetzt gar nicht. Die passende Löttspitze für Dorf. Schwupp. So, das ist was abgefallen. Das macht aber jetzt nichts. Ich gucke mal. Na ja, für den angedachten Zweck wird das jetzt okay sein. Ich note das zusammen. Und ich mache mal die andere Kamera jetzt hier aus. Das stört mich. So, jetzt muss ich nämlich schauen, wie kriege ich das dahin, wie es sein soll. Also. Hier trenne ich jetzt ab. Schall. Aber. Nicht aufgepasst. Na, so muss ich jetzt ein bisschen improvisieren. Das ist letztendlich jetzt nichts verloren hier. In der Vorarbeit hätte ich nur sinnvoller machen können. Na ja. Wenn ihr nicht aufpasst, dann muss man halt zweimal arbeiten. Schwupp. Ein bisschen verziehen. Knick ich das hier wieder, wie ich das vorhin ja auch gemacht habe. Wenn das denn Bock dazu hat. So. Jetzt kommt der Kondensator da dran. So. Jetzt kommt der Kondensator da dran. So. Jetzt kommt der Kondensator da dran. So. 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 löten nein die haben ein bisschen Schrumpfschlauch natürlich noch dazu die werden wir auf jeden Fall brauchen dann macht das auch Sinn die hätte ich jetzt im Nachhinein nicht drüber bekommen so, jetzt aber ein bisschen Entschuldigung Zrr Ja 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 Die Verbindung ist hergestellt. Das passt dann auch. Jetzt brauche ich nur ein neues blaues Kabel. Hier unten brauche ich auch gleich noch bei. Wenn man nicht aufpasst. Das eben auch ein bisschen verzinnen. Damit das gleich leichter läuft. Auch hier wieder den Haken machen. Ich muss ein bisschen was abknipsen. Ja. Ja. Gucken wir mal, dass auch die Beine eine Einheit werden. Ja. Ja. Nicht grob werden hier. Ja. 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 dann ist auch das hier erledigt auch hier natürlich Schrumpfschlauch drüber so machen wir das was ich jetzt machen muss ist hier im Prinzip das Kabel noch mal schneiden damit das dann mit denen zusammen geht mit den anderen hier und gleichzeitig muss von dem blauen eine Leitung durchgehen und da kommt dann der Widerstand dran ich mache das mal kurz offscreen denn da muss ich jetzt hier ein bisschen gerade wegen den dicken Kabel hier ein bisschen was zaubern und zeige euch gleich das fertige Ergebnis also ich bin nun nicht fertig ja aber meine Logik ist heute völlig daneben an diese Kabel kommt der 100p Kondensator und nicht an diesem hier das heißt ich werde es hier wieder abschneiden werde es dann hier dran löten und dann alles richtig vertütteln nur so für euch als Zwischeninfo das mache ich mal eben kurz offscreen Knaz so ich hatte vergessen das Mikro unter uns zu holen ja willkommen zurück zu einer munteren Böstelrunde und wie oft kann man sich was tun also das Ding ist ich hatte schon angefangen das alles nochmal zu korrigieren und mir bleibt festgestellt dass auch das falsch ist und zwar muss von dem blauen geht ein Kabel zu dem Kondensator und ein Kabel weiter was dann auf den Widerstand geht gleichzeitig wird aber das Signal von diesen Kabeln die ich vorhin ja schon eine Kondensator gelötet habe durchgespricht komplett ohne irgendwie war noch ein Widerstand oder den Kondensator und abgezweigt das habe ich natürlich vorhin nicht beachtet und so und durfte ich das Ganze nur nochmal korrigieren und nochmal korrigieren wenn man so schön korrigiert dann korrigiert man einfach weiter weil man macht das ja wunderbar gerne das mal eben hier an lehne das mal eben hier an damit ich hier auch den Schrumpfschlauch schrumpfen kann perfekt und dann geht es nämlich weiter hier an dem Kabelchen das geht weiter zu der Masse aber nicht ohne diesen Widerstand hier an der die nächste schrumpfschlauch schon mal ein Häkchen machen das gleiche mache ich hier am Widerstand Ich nehme hier einen anderen Schumpfschau. Etwas länger. Hier schiebe ich gleich drüber. Ja, alles im Allem ist das jetzt hier eine Bastelrunde mit vielen Überraschungen. Das passiert, wenn man nicht genau liest, was man machen will. Oder aber es sich zwar anguckt, aber nicht realisiert, was man machen will. So. Wir gehen hier rüber. Lötzchen befreien. Eine Klemmen. Und dann geht es hier weiter. Also das ist jetzt der 1K-Mitastand. Das ist jetzt der 1K-Mitast-Mitast-Mitast-Mitast-Mitast. Das ist jetzt der 1K-Mitast-Mitast-Mitast-Mitast-Mitast-Mitast-Mitast-Mitast-Mitast. Das wird jetzt sowieso spannend, den Kram hinterher drunter zu verstecken. Mein Plan sah ja anders aus. Aber gut. Theorie und Praxis. Und Theorie und Praxis. Manchmal. Es ist dann doch anders, als man denkt. Das ist dann doch anders. Ja. Jetzt nehmen wir ein bisschen Spannung drauf. Wunderbar. Das ist eine Einheit geworden. Jetzt ist nicht mehr alles ganz so perfekt, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war wahr. Aber gut. Dann mache ich das so. Oder so. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das sinnvoll am Ende unterbringe. Denn das nächste Abenteuer ist ja jetzt, diese Sachen hier zusammenzuführen. So zusammen. Und ja. Ja. War anders gedacht. Was drüber. Ja. Aber gut. Ich bin ja wohl kein Profibastler. Ja. Ich erlaube mir, solche Fehler zu machen. Wichtig ist ja, dass wir sie erkennen und rechtzeitig noch beheben. Ja. 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 ok dann waren die sachen ein deutlich genug was uns jetzt noch fehlt ist audio das dürfte aber jetzt nicht mehr so der große spannende part werden denn da müssen wir nur noch zwei kärbelchen anlöten und zwar das ist an diesem mir an diesem mir und die masse nehme von diesem mir in der theorie zum ist kein problem wir sind der praxis jetzt mal wenn man sieht denn das audiosignal ist direkt neben der masse deswegen überlege ich gerade nein ich gehe hier unten dran direkt neben der masse neben dem blauen natürlich hier 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 das sollte aber jetzt kein problem darstellen da ist es schon die verbindung eingegangen hier das überstehende käbelchen abschneiden kurz gucken ob auch wirklich die verbindung da ist hier hier hat geklappt so jetzt noch brauchen jetzt noch einmal masse die holen wir uns das an diesem widerstand hatte ich ja schon gesagt das ist der hier oben hier hier also hier 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 Nein, da will das kaum befürchten. Ja, da habe ich jetzt natürlich mein Klebeband hier angeschnorbert. Da klebt nichts mehr. Ich biege den überstehenden Pinning ein bisschen hoch. Da kann ich nämlich das Kabel ein bisschen drunter klemmen. Das macht es mir leichter, das hier zu verlöten. Und das macht es mir leichter, das hier zu verlöten. Das macht es mir leichter, das hier zu verlöten. Gucken wir mal, ob das auch geklappt hat. Das macht es mir leichter, das hier zu verlöten. Ja, ganz viele Kabel. Schauen wir mal, doch, die könnte ich hier so hochbiegen. Gar nicht so verkehrt. Und wie gesagt, stecken wir das jetzt erstmal wieder zusammen. Ja, ein kleiner Gedankenfehler. Natürlich, hier gehört eigentlich auch ein Schirmblatt drunter. Die passt jetzt hier natürlich nicht mehr. Aber ich denke, wichtiger ist eh die hier von oben. Und die werden wir auch wieder einsetzen. Zusammen mit dem anderen hier. Die Löschen umbiegen. Hier hinten. Original waren die gedreht. Da mache ich das jetzt auch wieder. Das hier war noch gedreht. Dann mache ich das hier auch wieder. Und die äußeren waren alle umgebogen. Ja, hier unten, das lasse ich. Irgendwas muss man halt jetzt hier machen. Sonst geht das mit den Kabeln hier nicht. Alternative wäre ja gewesen, von oben zu löten. Und... Und... Ja, und das gefiel mir jetzt nicht so. Ich setze jetzt einfach mal voraus, dass es auch funktioniert. Das nächste Ding ist, ich weiß gar nicht, ob die Konsole an sich funktioniert. Das ist soweit klar. Leg die mal beiseite. Das ist soweit klar. Das ist soweit klar. Und den roten, die sind hier markiert. Da... Für das Tonsignal. Da löte ich einfach entsprechende Kabel an. Da... 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 Das ist soweit. Da... muss man kurz kommen so wie viel kabel ich den baubt habe und wie viel ich brauchen werde gehen wir davon aus dass ich einfach ein bisschen luft zu jedem ende aber also schneide ich am oberen ende ab das gleiche mache ich dann halt auch für den tonausgang hier so und das ist das tonkabel das was tun kabel wird ungefähr die gleiche länge und dann kommen wir gleich mal das alles so geht das problem ist natürlich für mich jetzt auch noch ich habe ja keine ahnung ob die konsole grundsätzlich geht ich habe die nie ausprobieren können insofern kann es natürlich auch gut sein dass gar nichts passiert weil die konsole defekt ist das wird noch eine überraschung das war so das war das war Ja, das übliche Spiel, die Gare hier kurz ein bisschen verazähnen, damit das Gleiche alles besser in sich fügt. So, ein Blob, wo wir nicht, erfolgreich entfernt, so und das ist das Videokabel, da habe ich gesagt, dann nehme ich das hier. Na dann. Und das Kabel. Und da rein soll es? Gucken wir mal, ob das uns gelingt. Gucken wir mal, ob das uns gelingt. Außer, da gibt es einen dicken Knobbel dran, aber ist nicht viel passiert. Gucken wir mal, ob das uns gelingt. Versuchen wir es nochmal. Gucken wir mal, ob das uns gelingt. Gucken wir mal, ob das uns gelingt. Wir haben kurz Pause gemacht. Dann wird, ähm, den Lötkommen so ein bisschen vorgeeizt. Dann wird es auch was. Das ist jetzt eine Verbindung, so soll es sein. Gucken wir mal, ob das nicht gelingt. Ja, wenn man es richtig anstellt, funktioniert das auch. Ich mache das jetzt erstmal wieder alles drauf. Punkt. Das werden wir gleich erstmal nur zum Experimentieren so lose verwenden. Und bevor ich die Konsole final zusammenbauen möchte, wir schliesslich wissen, ob es funktioniert. Punkt. Punkt. Und noch das Kabel. Dann haben wir es geschafft. Ja, damit sind die Lötarbeiten an sich erledigt. Und wir können eigentlich dazu übergehen, die Konsole jetzt gleich mal zusammenzubauen, beziehungsweise den Testlauf herzumachen. Und wenn das wirklich alles funktioniert, dann überlege ich mir erstmal, wo ich diese beiden Ausgänge hinbaue. Denn das ist ja jetzt auch noch so eine Sache. Irgendwo müssen sie ja hin. Oh mein Gott. Das ist eine Detaillösung für danach. Ich roll mal meinen kurzen Platz hier auf, bereite alles vor, dass ich die Konsole anschließen kann. Und dann kommen wir gleich wieder. So, ich habe mal so meine Sachen jetzt hier zusammengekramt. Ihr seht es jetzt hier nicht. Ist auf jeden Fall, ist jetzt der 2600 an einem Retro-Tink eingeschlossen. Und mit dem sollten wir dann ein Bild bekommen. Ich stöpsel mal hier den... Das Ding ist... Ganz so, wie es jetzt hier ist, funktioniert das nicht. Ich muss nämlich den Deckel benutzen. Weil hier... Ein Flachbandkabel ist. Wenn das nicht benutzt wird, dann funktioniert der ganze Kram nicht. Und dann stecke ich mal eben ganz schnell auch noch hier den Controller rein. Schwupp. Schließen den Strom an. Gucken, dass es hier alles so ein bisschen richtig sitzt. Und... Ich schaffe es dann nicht. Das hier richtig zu positionieren. Alter, was ist denn los hier? Das kann so schwer ja nicht sein. So. Und als Spiel... Donkey Kong. Ihr lest das Spiel verkehrt. Ich lese es richtig. Donkey Kong. So. Ganz ist zusammengesteckt. Ich schalte sie ein. Und da haben wir ein Bild. Das sieht ja schon mal gar nicht so verkehrt aus. Mach es mal groß. Ja. Mit Ton. Donkey Kong. Leute, das Ding... Arschloch. Funktioniert? Dann würde ich mal sagen, ich... mache hier an der Stelle mit dem Video Schluss. Denn das ist ja nun wirklich schon lange genug gelaufen. Und werde mir überlegen, wie ich die Ausgänge jetzt hier sinnvoll unterbringe. Und... Wenn ich das gemacht habe, hänge ich hier noch ein Bild an, wie das dann final aussieht. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen, wie ich hier bastel. Und... Ja. Natürlich auch meine Fehler gemacht habe. Aber... Das Ganze... ist halt... Ja. Unvorbereitet gewesen. So, wie ich das machen wollte. Ohne großartige Vorbereitung. Schauen, ob es funktioniert. Scheiße. Habe halt so meine Fehler gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch meine Korrekturen verstanden. Und... Ja. Am Ende... In der Beschreibung verlinke ich dann euch auch nochmal die Anleitung, an der ich das gemacht habe. Und in diesem Sinne... Hinterlasst einen Kommentar, ein Like, ein Abo oder so. Macht's gut. Ciao. 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 zytet fund – Untertitelung des ZDF, 2020